What's new Snappy? Heute stelle ich euch einen neuen Nusssatz vor, einen schlagfesten Gelenknusssatz. Was ist das besondere an diesem Stecknusssatz? Erstens haben wir einen sehr geringen Durchmesser, zweitens haben wir ein lasergeschweißtes Gelenk, was die uneingeschränkte Bewegung in einem Winkel von 30 Grad zulässt und zwar verlustfrei. Das ist das besondere an der ganzen Geschichte. Weiterhin ist dieser Stecknusssatz mit unserem Flank-Dreif-System ausgerüstet, das heißt, diese Ecken sind ausgefräst, das heißt, die Stecknuss greift auf die Flanke und nicht auf der Ecke von der Schraube und somit kann ich bis zu 20% mehr Drehmoment aufbringen. Aber das absolute Highlight dieser Stecknussleiste ist diese ganz geringe Bauhöhe. Wenn wir uns das mal anschauen im Vergleich zu einer Standard Nuss, dann sehen wir hier, dass wir eine etwa 20% geringere Bauhöhe gegenüber der Standard Nuss haben. Das ist heute natürlich entscheidend bei den immer enger werdenden Motorräumen, dass ich eine bessere Zugänglichkeit in diesen Bereichen habe. Also eine extra kurze Bauhöhe und ein sehr geringer Durchmesser und das alles gefertigt aus unserem hochfesten Chrom-Nickel-Molybden-Stahl für extreme Haltbarkeit und Standzeiten. Wollt ihr mehr Informationen haben, fragt euren Franchise-Partner.